SuperHot, SuperHot, hier ist euer Memento Mori, heute mal mit einem etwas ungewöhnlichen Spiel, und zwar mit SuperHot, 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 SuperHot. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal dieses Spiel. Oh, it's about time. Okay, da hat eine schöne Sonnenbrille. Und ist ziemlich scheiße animiert. Und, oh, okay, wenn wir uns bewegen, verläuft die Zeit quasi. Und wenn wir stehen, wir sehen dann den Würfel dort, ist sie etwas langsamer. Ja, das ganze Spiel ist gratis zu spielen, wenn ihr wollt. Time moves only when you move. Okay, ja, ist ein Kickstarter und ihr könnt das gratis spielen. Den Link gebe ich natürlich, okay, den Link gebe ich natürlich in die Beschreibung. Take him down. Take his gun. Bam. Oh, yeah. Bam. Okay, nur, wenn seine Sonnenbrille bleibt da. Ja, der ist SuperHot, SuperHot. Okay, da unten läuft, ja? Kill them all. Back. Oh, wie geil ist das denn? Wo ist der andere? Ja, wofür steckt er sich? Bam. Das ist so geil mit der... SuperHot. 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 Ja, oh. Okay, ja, es ist, wie gesagt, gratis... Ja, es ist etwas mit Taktik, ne? Bam. Oh, gegen die Wand. Wirklich schlecht animiert. Oh, SlowMotion. Ich komme mir vor wie ein Matrix. Bam. SuperHot. 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 Oh, okay, was muss ich jetzt? Ich habe keine Waffe. Grab. There. Gone. Oh. Die schießen zu dritt auf mich, oder was? Wow, ist das geil. Matrix ist ein... Uh. Matrix ist ein Scheiß dagegen. Uh. Hey, das ist schon ziemlich geil. Wow. SlowMo. Für alle. Bam. Was denn? Hab ich getroffen? No Bullets. No Bullets. No Bullets. No Bullets. No Bullets. Ah, wie geil ist das denn? Grab the gun. Wow. SlowMotion. Hey, das Spiel hat was. Wie gesagt, es ist ein Kickstarter und sie haben jetzt genügend Geld quasi mit der Produktion zum Anfangen. Oh, im Kreuz... Wow. Sie haben jetzt genügend Catch-Arts. Sie haben jetzt genügend Geld quasi, um anzufangen. Ja, ihr seid jetzt alle tot. Also, ich bin sehr gespannt, was sich da jetzt aus dem Spiel entwickelt. Okay, jetzt habe ich ganz vergessen, was da steht. Nein! They keep coming. Oh! 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 Ah, dies! Wieso? Nary! Tack! Kommt seine Kugel auch geflogen? Ja. Und? Hahaha! Neun! Catch-Arts! Acht! Bah! Oh! Durch die Wand! Und? Ey, den muss ich aber jetzt getroffen haben, ne? Maaaah! Keine Waffe! Wohin jetzt? Bam! Sieben! Ah! Es! Wieso? Nary! Wo sind die? Headshot! Bam! Ey, hier hast du alle Zeit der Welt! Das ist wirklich cool, das Spiel! Ja, warum jetzt Webcam bzw. Facecam? Weil ich es kann! Bam! Ey, der müsste tot sein, ne? Wo ist er jetzt? Ne, ich, also ich spiele nachher gleich Outlast. Da habe ich mir gedacht, naaaah, fügst du doch einfach in den blöden... Blöden Spiel? In diesem Spiel? Mit Facecam ein? Warum nicht? Dich treffe ich jetzt! Nein! Empty! Rambo! Oh! Oh! Boah, das war knapp! Wo kam die Kugel her? Wo kam die Kugel her? Wo kam die Kugel? Fuck! Drei! Oh, die laufen sogar! Zwei! Oh, du darfst! Das war knapp! Empty! Nein! Hehehehe! Die kommen immer wieder! Oh, Rambo! Jawoll, das gefällt mir, das Spiel! Also, ich glaube, so eine Idee gab es bis jetzt noch nie in so einem Spiel, ne? Das ist ja wirklich was Neues! Gefällt mir ziemlich gut! Das war knapp hier! Das war knapp hier! Was ist denn mit los? Amo! Nein! Wo kam der her? Okay! Den habe ich! Wo ist der nächste? Haha! Es ist so geil, wie die Kugel flieht! Die lassen wir in Slow Motion, ne? Haha! Zwei auf einen Streich! Oh Gott! Was wär jetzt du da? Oh Gott! Oh, da kommt jetzt ein neuer! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh! hot or not. Uh, fast in die Laufrichtung rein, ne? Nein! Fast. Bamm. Okay, ich kann anscheinend nicht durchs Glas schießen. Oder doch? Die Kugel war noch am Fliegen. Oh. Ha, ha, ha. Putsch. Ha, ha. Da fliegt die Sonnenbrille weg. Ja, ist wirklich Neo-Style, ne? Matrix ist ein Witz dagegen. So, warum ist hier... Ah, hier spawnen die immer. Woa! Ne, komm, die... Die hab ich nicht gesehen. Ah, die spawnen random. Jetzt verstehe ich's. Aber ich verstehe nicht warum. Ah, ha, ha. So, okay. Etwas langsamer. Ich muss mich mehr spielen hier mit der Zeit. Wie gesagt, es ist für Lau. Ist quasi nur eine Demo. Und ich bin gespannt, was hier rauskommt. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt Full HD ist, was ich hier aufnehme, ne? Und... Und... Nein, empty. Und dichter. Wie ihr seht, ich hab... Ich... Ehm ziemlich gut. Das ist ein Warnwitz. Ich bin ziemlich miserabel. Aber das Spielprinzip hier ist ziemlich cool. Geht sich das aus? No ammo. Das ist nicht gut, wa? Okay, das ist ein Stuhl. Super hot, super hot, super hot. Next Level Boss Fight. Wow. Ich frag mich, wie lange wir bei dieser Thema spielen. Aber es ist wirklich spielenswert. Kill the CEO. Na, eh klar. Mit was? Kill him. Batsch! Yes. Okay, und jetzt? Zum Bild, oder was? You have served me well. Na, okay. Die haben mir keine Kosten und Mühen geschalt. Now, dispose of yourself. Was will er denn? Just walk through the window. Ja, ist sicher vertrauenswürdig da jetzt. Walk through the window. Stop. You've been a good boy. Super hot, super hot, super hot, super hot, super hot, hot or not, sagt es bitte in den Kommentaren. Was haltet ihr von diesem kleinen Minigame, beziehungsweise Demo? Was würdet ihr sagen, wenn so ein ganzes Spiel rauskommt und das natürlich grafisch etwas schöner? Und wie findet ihr die Idee mit der Zeit? Wie findet ihr die Idee mit der Zeit? Also, wäre vielleicht recht interessant. Was sagt ihr dazu? Also, mir gefällt es persönlich ziemlich gut. Also, hat eigentlich kein Spiel. Also, TimeSplitters zum Beispiel damals auf der Playstation, blablabla, gab es auch was, Prince of Persia, es gibt genug Spiele, aber so ein Shooter ist noch nicht so untergekommen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und so verbleibe ich natürlich mit freundlichen Grüßen. Seht mal in die Kommentarbox, da sind einige neue Links dazu gekommen und ja, ciao, ciao.